. Da wird doch die Merkel vor ... Lebt die noch? Das letzte Mal hab ich die ... Das war letztes Jahr, November, da ... DING! 300 Jahre Mauerfall. Aber Politik, das ist sowieso. Oder guckst du noch ein Tagesding, 20 Uhr? Ich schalte meistens um, wenn die Musik, schalte ich um auf Servus-TV. Tiger, Eisbär, ne? Eine Stunde Tiger, Eisbär, dann wieder Tiger. Tagesschau, da kann ich doch vorher schon ... Erst kommt der Trump, dann der andere mit dem Teppich auf dem Kopf, der Johnston da, das Zipfelgesicht, ne? Und wenn noch Zeit ist, dann mag krank. Immer Macron, Johnston, Trump, two and a half men, immer. Ich guck's nicht mehr, geht mir komplett am Ding vorbei, da. Und dann ist wieder Ali Akbar, der Ali ist groß. Anschlag, weißt du, aber er trifft nicht. Das prallt mittlerweile an mir ab wie ein Reh an der Motorhaube, da. Und freitags ist schulfrei, das hab ich auch kapiert langsam. Freibier for Future, da. Der Jürgen hat gesagt, Greta hab ich kein Problem, ne? Immer schön warm, 25 Grad, super Insel, ne? Die Greta hat da mit ihrem Abitur Nobelpreis da, ne? Komplett am Ding vorbei. Klima, Klima hat's schon immer gebeln. Einmal ist Eiszeit, dann ist wieder Hitze. Aber das hat doch mit dem Freitag nix zu tun. Muss ich mal die Tatsachen im Dorf, da. Und, 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 und nicht. Und zwei Grad hier, daher. Warte, Gletscher-Ding und Überschwemmung, ne? Wenn Holland geflutet wird, ne? Da sind wir schon im Halbfinale, ne? Aber das geht doch mir, ne? Naja, das ist doch alles, ne? Und wenn ich im Januar keinen Schnee mehr schippen muss, ich kann es verkraften, ne? Da, ne? Aber das ist alles, ne? Ich guck's nicht mehr, ne? Alle Halbjörn kommt dieser Nordkorea aus dem Bau, da. Mit so einer Brühbirne, da, ne? So ein Feuermittel auf. Ja, jetzt mach ich doch wieder Atom. Das ist ein Atom-Pilzkopf, da, ne? Wie heißt der da, der Kim-Ja-Und, ne? Das ist der einzige Koreaner mit Übergewicht, da. Ja. Ich kenn weltweit keinen Koreaner. Gut, ich kenn auch gar keine Koreaner, ne? Aber der, das ist doch immer, ne? Und dann wird der Klima da mit dem Scheiß E-Auto da, ne? Weißt du, seit wann ich nicht mehr guck, das war in dem Moment, wo der, wo der, wie heißt der, der Merz? Friedrich, der Große Merz. Wo der Halbzombie noch mal aus dem Grab raus, ne? Der war noch schwarz-weiß bei mir im Ding. Und da hat er noch verloren gegen die Karre-Ding da, ne? Aber bei der nächsten Wahl, pass auf, das ist der Kanzler-Ding da, dann. Der springt jetzt noch mal auf den Zug auf, wo sowieso der Bachnerner. Die ganze Politik ist noch weg vom Ding. Der, das ist die erste Ratte, wo zum sinkenden Schiff hinschmimmt. Das soll's noch nie geben. Da. Das ist alles. Und das E-Auto, weißt du, wir schiessen uns ins eigene Gnie, ne? Reichweite von einem Akkuschrauber. Weißt du, die wollen alles abschaffen, das sind diese ganzen Kampfradler da, weißt du? Stroße weg, komplett wollen die. Stroße-Auto weg. Sollen sie ruhig, dann fahr ich mit meinem Diesel auf denen im Rad weg, ist mir scheiße grad. Sagen wir gleich. Weißt du, das ganze Verbots-Ding, die wollen alles, ne? 130, ne? Geschwindigkeit, einwandfrei, ne? Der Jürgen hat gesagt, 130, ja und Außerarzt? Hehehehehe! Einwandfrei, nein, nein, nein! Das ist ... Ja, weißt du, du musst heut froh sein, wenn du heut überhaupt, egal was. Wenn du heute überhaupt einen Klipp und Glas sagen kannst, ja, wie jetzt? Auch nicht bloß Kampfradler. Von der Cousine, die Tochter, die ist 17, die hat jetzt einen Student, der ist 25, der hat einen Liegefahrgarten. Was ist das? Liege? Und ich habe es nicht gewusst, guck ich zum Fenster raus, war er schon da gestanden. Und da war so die Hecke davor, das war so halb, ich habe gar eine gewisse Wäsche. Dann war das Ding da. Habe ich gedacht, nicht dass der vielleicht, weißt du, so Spezialding, dass der Halsabwärts, nein, kann ja sein. Halsaufwärts ist der. Oder so ein Zopf da hinten. Björn hieß der. Björn, weiß nicht, was er studiert. Yoga wahrscheinlich. Liege-Yoga oder so Windel oder Strampelhose. Für den Strampelbjörn. Mit dem Zopf wird er beim Fahren der Abrieb von vorne immer gleich live aufputzen. Ja, Feinstaub, Grenzwert, Obacht. Die ganze Öko-Ding. Die Cousine, die hat ja einen Kosmetikladen. Am meisten geben gerade die ganze Vegan-Gesichter. Die gäbe auch Meister aus. Dann hat die mir ein Regal gezeigt, das muss ich da unten rein. Dann habe ich gesagt, will eh da, das ist doch ein Putzlappel. Nein, das ist so Öl für die Haut. Das ist aber schon 100 Meter vor dem Eingang, wenn die kommen. Das sind so Ingwer-Gesichter. Glutenfreie-Ingwer-Gesichter. Und die Haut wird dann C-W-Leder. Wir machen uns den Kopf heute. ServusTV, habe ich es ja neulich gezeigt. Der Mensch stirbt aus, und der Erdbeil rotiert weiter. Wir sind vorher weg und der Globus ist immer noch am Ding. Und welch weiß der nicht, welch weiß der nicht. Dann stehen wir da mit unserem Liege-Fahrrad. Gute Nacht. Dankeschön. Ciao. Ronald Miller.